Der Susi. Sie hat noch nie einen Skorpion gesehen. Dann müssen Sie ja auch sagen, dass er hier ein Symbol des Todes ist. Jetzt muss der Grabstein nur noch sauber gemacht werden. Aber wenn Sie meine Meinung hören wollen, Sie hätten ihn lieber da unten lassen sollen. Er könnte die Antwort auf ein altes Rätsel geben. Die Inschrift ist von größter Bedeutung. Sie wurde vor Jahrtausenden eingemeißelt. Die Inschrift ist von größter Bedeutung. Die Inschrift ist von größter Bedeutung. Die Inschrift liste Untertitelung des ZDF, 2020